Das ist ein großartiges Kita-Wintersportfest während der Winterfestspiele in Bad Van Walde im Pablengrund. Musik ab! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt geht's los! Nicht zu schnell, ganz langsam. Zweiter Titel. So, noch ein Stückchen weiter, noch ein Stückchen weiter, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ja, und stopp! Und jetzt alle zu mir umdrehen. Jetzt kommt meine Bewusstseinsur unter die. Macht mit, wenn ihr Spaß habt wollt, macht mit, wenn ihr ne Party wollt, macht mit, wenn ihr heut innen wollt, macht mit. Und zusammen haben wir ganz viel Spaß. Zusammen zum Olympia-Ass. Zusammen und wieder ganz normal laufen und klatschen. Zusammen, ganz enorm in Form. Zusammen, von Hände zum Himmel. Zusammen, klatschen. Zusammen, sind wir eine Macht. Zusammen, wird auch viel gelacht. Zusammen, macht mit, wenn ihr viel Spaß habt wollt, macht mit, wenn ihr ne Party wollt, macht mit, wenn ihr gewinnen wollt, macht mit, wenn ihr heut inz seid. Wunderbar, danke Dieter, wunderbar habt ihr das gemacht, da müssen wir klatschen. Danke, Dieter, Musik aus. Super, sensationell. Jawohl, guten Morgen allen nochmal, einen herzlichen guten Morgen. Und ein so lautes Sport frei, dass es bis auf den Marktplatz hört ist. Sport, 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 Super, toll gemacht. Morgen sage ich euch allen noch einmal und freue mich natürlich. Der Herr Lüdecke hat mir gerade gesagt, dass wir über 100 Kinder sind. Das ist ein riesen Erfolg. Darüber freut sich auch unser Präsident, der Dieter Bosse, der da die Musik gemacht. Und wir haben viel mit euch vor. Zuerst werden wir jetzt gleich eine kleine Gymnastik machen. Aber vorher muss euch unser Trainer, der also unsere Sportler hier, die auf die Schanzen springen und laufen, erklären, was ihr heute sportlich als Schule macht. Das ist ein bisschen Spaß gemacht. Oder vielleicht ganz viel Spaß gemacht. Alle, die geholfen haben, die sind extra wegen euch gekommen und haben hier sich den Vormittag beschäftigt. Das ist ein großes Bravo. Nochmal. Bravo. Und Applaus. Jubel, Jubel für die Mannschaft der Kita Sonnenschein. Drei Kinder aufs Podest. Auf die drei. Auf die drei. Den zweiten Platz. Und Silber für die Mannschaft aus Schiffmühle. Drei Kinder bitte aufs Podest. Und jetzt immer schneller. Das ist der Trommelwurm. Und bitte weiter machen. Sieger wurde die Mannschaft. Die Mannschaft vom Fuchsbaum. So, jetzt gibt es die ganz dicken Pokale für die Sieger. So, prima. Jetzt noch einmal Applaus für die Sieger und Applaus für euch alle, die das so toll gemacht haben. Wir wünschen euch weiterhin noch einen wunderschönen Tag. Wünschen ein tolles Bild. Die Hände zum Himmel. Und Tschüss. Auf Wiedersehen.